toll die ersten schon daneben prima gleich mal das gebüsch durch da kommen wirklich viele hoffentlich treff ich mal was also beim doch für zwei treffer beim nächsten level ab werde ich ihr mal wenn ich sie behalte oder wenn sie bei mir bleiben sollte auf jeden fall handfeuerwaffen skill als ersatz jetzt treffer mir war jetzt froh dass ich kein getroffen habe ich kann ja so ellen weit spucken oder ist auch noch einer buch wenn man schnell da weg natürlich ach man keine gute treffer chance ist doof der und schnell zurück ich hätte jetzt gerne eine granate oder ein sprengsatz muss ich jetzt mal gestehen und diese fliege ich auch auf die schon mal aus dem rennen ladehemmung sind wir ganz toll und hier kommt mir ich muss wieder abstand gewinnen die fliege ist auch tot er hat keine infizierte habe ich glück gehabt oder blutet soll er bluten ich kann mit so einer wunderbaren prozentigen chance eigentlich so daneben schießen ich habe so einen treffer und dann gleich noch mal weg geh du mal das ist doch nicht wahr so der ist auch geplatzt dann ist doch hier oben noch einer oder das war gut 37 ja leer geschossen nichts anderes da ich glaube ich keine granaten oder sowas in der richtung dann mache ich einfach hier einen hinterhalt hinterhalt gut super gleich vier mal level ab jetzt nachladen dann wollen wir gleich mal gerade den report machen oder schnell hinter uns bringen jede stufe ist glaube ich ganz ganz wichtig hier so schwere waffen zerstörer brachiale gewalt brauche ich glaube ich auch noch ich werde jetzt mal gerade zum zerstörer den mal hochsetzen sanitäter wahrnehmung chirurg maschinenpistolen tja da nehme ich mir jetzt einfach anders auf maschinenpistolen ist trotzdem wichtig scharfschütze kann ich nicht weiter hochskillen toaster schlösser knacken computerwissenschaften und der herr ich hätte gerne der naturbursche ist wichtig und die mechanische reparatur und die haben noch nicht gut sammelt eigentlich was sammelbar ist und verkauft ist was habe ich denn hier schönes akratzentrum serum ok nehme das doch mal was ist das ist ein eine energiewaffe die trage ich erstmal hier ja genau also gut ich glaube das serum das heißt diese pilzinfektion habe ich noch ein bisschen was von allerdings habe ich habe ich die zumindest beim ersten mal bei einer anderen bei dem anderen durchlauf woanders rein machen müssen und dementsprechend bin ich mir gerade unsicher was mache ich denn nun jetzt damit nutze ich es jetzt um die hier weg zu machen oder ich warte noch mal ich habe noch ein paar sekündchen zeit sozusagen so der hier hat ein elektronisches schloss gut sehr schön alles gleich für den ersten hilfemann die erste hilfe dame das elektronische schloss da bitte 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 oh das ist gut oh das ist auch noch eine truhe ah noch eine m2 nun ist aber gut ähm scharfschutz munition nehme ich nehme ich nehme ich dann mal raus hier alles was man nutzen kann sollte man auch nutzen können da ist ja noch sowas so wie viel habe ich denn da 10 habe ich schon mal davon halt ja bitte von da 10 stück brauche ich glaube ich eigentlich aber wenn die weg sind bin ich froh mal hier noch was das war die tür die ist offen ja das war definitiv nicht so stark verbildert hier aus halt 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 nein nein stopp 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 da ist doch wieder eine person eins was ich gar nicht haben möchte dich da mit was ich zu geld machen kann nämlich mit ihr seht die gibt es hier wie sand am meer wer von euch kennt noch monty python oder kokosnuss am ende das killer kaninchen hier haben wir gleich drei stück davon ganz blöde doofe ekel bistviecher und ich muss da irgendwo granate die werde ich noch nicht bei denen biestern einsetzen 40 40 außer reichweite triff triff nein tja dann gehen wir mal hier hin ich hasse die kaninchen die sind echt böse zack und da kommt nochmal zwei angehoppelt die sind so scheiße und schon wieder zehn schaden wenn die kritz treffen sind es über 30 ok dahin darauf neun punkte nur prima oh das ist gut das erste kann ich das weg bin ich zufrieden nein scharfschütze was ist dann schon ein bisschen sollte vielleicht noch mal auf schrotflinten skill die noch eine mitgeben so kann ich habe ich jetzt gerade wirklich also ich habe hier hingeschossen sind abgeprallt und auf den drauf ach du alarm ok das ist eine gerade linie an dem vorbei aber buchten drauf und abgeprallt oh hätte ich jetzt so nicht gedacht na gut du hast ladehemmung das sagt mir schon dass du gleich dahin gehen wirst totes kanickel da muss ich gleich mal meinen doktor herausholen gott sei dank teil alles zack ja ist ja nicht schlimm doktor walte deines amtes erstmal bei dir selber 1 2 3 und dann da gut das ist da noch eins da sind zwei und da ist noch eins und da ist das safe und die truhe die ich haben möchte komm j hören nein das ist nicht war zu spät gesehen und der eigene mal wieder in rücken geschossen ach wie ich sowas ja hasse nimm mit da ist wieder einer die sind jetzt wirklich in jeder ecke vorher waren die nicht so viele nimm alles mit das bereinigen wir jetzt erstmal schön schießt und er ist infiziert worden ein bitte scheibenkleister wird die truhe kaputt gehen aber ich kann es nicht ändern ich habe keine lust noch weiter infiziert zu werden so ein käse so alle mann zahlen schloss gut was machst du auf bitte schnell ein m14 sturmgewehr sturmgewehre hier unten munition geht auch mal nach hier unten du bekommst das schaden du das und das ist wieder einfach nur ballast das regt mich gerade auf das ist schon jetzt eine herausforderung eine stufe höher als also diese diesen weg zu nehmen anstatt erst hierher zu gehen macht man erstmal hier man hat halt nicht so viele von diesen Knallerbsen hier draußen stehen und weniger von den infizierten pilz von den infizierten sporenträgern halt so dann geht es jetzt einfach da ist auch der eingang ich wollte sagen bevor es jetzt in den eingang geht das machen wir der nächsten folge ich werde das hier dann beenden und speichern und wir sehen uns dann wieder und widmen uns dann ausgiebig im nächsten mal dem neuen bereich bis dahin macht's gut tschüss